Hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier hier in Erkrad. Mein Name ist Ralf Buchholz, ich bin freischaffender Künstler und beschäftige mich mit vielen Facetten der Kunst. Meine Hauptarbeiten bestehen aus Cut-Collagen oder besser gesagt Cut-and-Paste-Collagen, aber ich arbeite auch im Bereich der Skulpturen, ich fotografiere sehr viel, ich organisiere Ausstellungen und mein Markenzeichen ist, dass ich seit Anfang an Ausstellungen in Telefonzellen mache. Ein ganz besonderer Ort, den es bald in unserem Straßenbild nicht mehr geben wird und man ist wirklich erstaunt, wie viele Bilder man tatsächlich in eine Telefonzelle bekommt. Ich würde euch jetzt gerne ein paar Arbeiten von mir zeigen, wenn ihr ein paar Minuten Zeit erübrigen könnt. In der jetzigen Corona-Pandemie haben wir ja alle jede Menge Zeit und ich stelle sie einfach mal vor, meine Arbeiten. Meine Cut-Collagen sind eigentlich immer Zufallsprodukte, wie zum Beispiel diese hier zum Beethoven-Jahr 2020. Es gibt aber auch Dinge, die mich beschäftigen, wie zum Beispiel bei dieser Collage hier der Schlüssel zum Glück oder diese Collage, die sich mit dem aktuellen Coronavirus-Thema beschäftigt. Die Welt steht Kopf zurzeit mit dem Klimawandel und den ganzen Katastrophen, die sich zurzeit auf der Welt ereignen, haben mich inspiriert, diese Collage zu machen. Noch eine Collage zum Thema Corona für all die Leute, die sagen, man sieht ja nichts, man hört ja nichts, die Gefahr kommt meistens aus der Tiefe. Das ist noch eine Corona-Collage. Hier zum Beispiel eine kleinere Collage zu dem Thema Frauenpower. Oder hier eine Collage mit Save the World. Zunächst wähle ich die passenden Teile aus Magazinen, Zeitschriften etc. und führe sie zusammen. Hier zum Beispiel entsteht eine Collage, die damit zu tun hat, ich suche einen vernünftigen Mann, so einen richtigen, knallharten Typen. Und dazu habe ich dann einige Dinge entsprechend ausgeschnitten und werden jetzt entsprechend platziert. Wenn ich die Teile dann alle angepasst habe, wird das Ganze auf einem festen Untergrund noch einmal erneut aufgeklebt und danach werden die gesamten Teile entsprechend mit einem speziellen Lack gegen Verbleichen und gegen Wettereinflüsse dann entsprechend versiegelt. Alle meine Arbeiten sind Unikate. Sie gibt es nur ein einziges Mal und für mein persönliches Archiv fotografiere ich die Arbeiten ab. Aber diese Collagen und auch die anderen Arbeiten, die ich mache, wie Skulpturen oder Fotografien, sind entweder nur einmalig oder sie sind streng limitiert und davon werden dann auch keine Nachdrucke oder sonstige Replikationen entstehen. Zu Preisen kann ich nur sagen, kontaktet mich einfach, wenn euch irgendetwas gefällt. Ihr erreicht mich per E-Mail unter bookwoodart.gmx.de Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich hier in meinem Atelier zu besuchen und bleibt gesund und noch eine gute Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Ausstellung. Bis dann. Tschüss.